Drei Tore und zwei rote Karten. Im Karlsdorf-Derby war einiges los. War nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, hundertprozentig, aber trotzdem sind wir zufrieden. Was hattet ihr euch denn vorgenommen vor dem Spiel? Derby ist immer, naja, ich sag es mal so, den Gegner auseinandernehmen, aber das haben wir nicht geschafft. Unseren kompletten Spielbericht sowie alle Fotos vom Derby gibt es wie immer ab Montagabend auf www.ligaweb.tv